Worum geht's denn? Um Walter Kobins. Wenn's um den geht, dann kann ich gleich hierbleiben. Von dem weiß ich nichts. Ja, was der tut, was der macht, keine Ahnung. Tut mir leid. Hansi, Walter Kobins ist Ihr Sohn. Tja, ich war 16, als ich ihn gekriegt hab. Was dagegen? Er ist tot. Geh in die Küche und mach die Tür zurück. Bitte. Danke. Habe ich was damit zu tun, wenn er umgekommen ist? Diese Weise umgekommen ist. Dann ist das seine Sache. Was soll ich dazu sagen? Wo hat Ihr Sohn gewohnt, Frau Kobins? Was weiß ich irgendwo. Hier wohnt er schon seit drei Jahren nicht mehr. Hier war's ihm nicht mehr fein genug. Fragen, wenn Sie mir welche stellen wollen, kann ich nicht beantworten.